Der 3. Juni war so'n heißer Tag am Delta mit viel Staub. Ich war draußen, Baumwolle pflücken, mein Bruder hakte lauf. Und zum Mittagessen gingen wir zurück zu unserem Haus. Und Mutter rief zur Hintertür hinaus, zieht euch eure Schuhe aus. Ich hab was Schlimmes gehört vom Job to Reach. Billy John McAllister sprach von der Talatibüch. Und Vater sagt zur Mutter, während er sich ein paar Wohnen nahm. Der Billy Joe war dumm wie Stroh, kein Wunder, dass es so weit kam. Ich hab noch Arbeit offen, fällig, muss gleich wieder los. Und Mutter sagte, trotzdem brauch ich das mit Billy Joe. Ich mein ja bloß. Und so weiter.